Warum ihr hier seid, wisst ihr glaube ich. Wir haben ja während der Lockdown-Phase, während Corona-Hochphase, einige Challenges gemacht. Ihr habt viele davon gewonnen. Ihr seid aus den Mannschaften der U9 bis U15 als Sieger hervorgegangen und ihr habt es super gemacht. Ihr seid bei der Stange geblieben, habt Gas gegeben. Und da wollen wir euch ganz gerne belohnen und dazu haben wir uns heute was besonderes überlegt und daher geht es hier einmal weiter. Servus, Hein! Grüß euch! Super Videos haben wir gesehen auf jeden Fall. Habt ihr richtig gut gemacht. Hat es auch Spaß gemacht? Ja. Glaub ich. Deswegen haben wir eine Kleinigkeit für euch dabei und wollen die euch überreichen. Ja. Wenn ihr wollt. Ja. Okay, super. Kriegt ihr auch mal so eins? Nicht nur wie wir immer. FIFA spielt da bestimmt auch, oder? Ja. Bitte schön. Ja. Und herzlichen Glückwunsch an alle von euch zu den gewonnenen Challenges. Ja. Ja. اور Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.